Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Stranded Deep und wir sind immer noch hier vor unserem Smoker Small Meat ist immer noch nicht gesmoked, wie ich gerade sehe, okay Alter, ich hab voll Essen, voll Trinken Okay, langsam werde ich müde, so eine Nacht habe ich jetzt mal durchgemacht, okay Zwei Nächte vielleicht sogar schon, ich glaube es ist die zweite Nacht Allerdings habe ich jetzt das Gefühl, pass auf, wir gehen mal schlafen Ich gehe mal schlafen, sleep Dann verliere ich natürlich wieder ein bisschen Essen und Trinken Aber, vielleicht Smoker, Small Meat, was ist hier los? Warum passiert hier nichts? Warum ist es immer noch dunkel? Wie lange habe ich geschlafen? Oder ist es schon wieder dunkel? Okay, aber ich habe jetzt geschlafen, das heißt Ich haue mir jetzt mal noch hier ein paar Kokosnüsse rein Eins, zwei, drei Und da ist meine Axt verschwunden Ist natürlich sehr blöd Jetzt muss ich hier wieder auf meinen Trinkfelsen gehen Ach man, es ist so dunkel Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier irgendwo mein Messer hingelegt habe Da ist ein Hammer Leaves, ich sehe gar nichts Es ist einfach stockenduster und ich weiß nicht warum Wie viel Uhr ist es denn? Fünf Uhr elf? Naja, dann wird es aber gleich Dann wird es aber gleich hell Ähm, ein Trinken Small Meat Cooked Small Meat Habe ich noch eins Es ist alles voll Jetzt müsste ich aber HP ohne Ende kriegen eigentlich Ähm Wir brauchen noch ein paar Sticks Jetzt habe ich natürlich keine Axt mehr Shit Quick Craften kann ich auch nichts gerade Ah, Mist, Mist, Mist Trunks Ähm, Stöcke Was brauche ich denn für eine Axt? Müssen wir mal eben schauen Ähm, Tools Babab, babab Die Axt Zwei Stone Tools Woodsticks Und Lashings Okay, Lashings kriege ich Weiß ich auch wie So ungefähr zumindest Naja, da können wir so ein paar kleine Palmbäume umreißen Aber erstmal brauche ich Steine für ein Stone Tool Sonst funktioniert hier nämlich gar nichts Ne? Oh, du hast ein Kroppen Bist du ein Stein? Ja, sehr schön Ja, damit Ich brauche mehr Stein Ich brauche mehr Stein Wo kann er sein? Achso So Das waren schon mal ein paar Steine Jetzt brauche ich noch ein paar Sticks Müsste ja eigentlich auch nicht schwer sein Hier welche zu finden Und dann besorgen wir uns noch einen Jucker Oder weiß ich nicht was Und schlachten hier so ein paar kleine Bäumchen aus Okay, meine HP kommt anscheinend doch nicht zurück Oder es dauert halt sehr lange Smoker Das hier ist doch gekochtes Fleisch Was ich gerade in der Hand habe, oder? Warte mal, wenn ich jetzt Keine Ahnung Ich will jetzt mal das aus Achso Ne Sieht auf jeden Fall nicht gesmoked aus Keine Ahnung Smoker Small Meat Small Meat Das muss doch irgendwie Empty Campfire Kriege ich denn das da raus Oh nein Oh Mann Falsche Taste gedrückt Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Hunger Ähm Ich wollte gucken, ob ich das hier Nehme mal was anderes in die Hand Bevor wir hier wieder was Veranstalten Was nicht so Da Das hier brauche ich auf jeden Fall auch Da ist mein Messer So, mit so einem Messerchen Kann ich mir wenigstens irgendwo notfalls Mal einen Stock abschneiden Hier liegen noch ein paar Kokonuts Das ist gut Äh Young Palm Tree Kann ich die Kann ich Ja Okay, sehr schön Herr damit Herr damit Ich brauche nämlich Lashings gleich Äh Und Sticks Wo sind Sticks? Hier müssen noch Stücke rumliegen, Leute Das kann doch nicht sein Dass ich hier rumlaufe Die kleinen Pine Trees hier Die kann ich auch noch Bearbeiten Vielleicht muss ich mir da mal So eine Lederstation machen Dann So, ähm Quick Craft Ne, eine Axt kann ich noch nicht machen Warum nicht? Achso, klar Stone Tools brauche ich Und Lashing Kann ich ein Lashing schon machen? Ne So, Stone Tools Jetzt brauche ich hier noch so ein bisschen Fibrous Leaves Und dann Dann haben wir da auch schon Äh Echt mal Machen wir mal ein Lashing So, jetzt kann ich mir doch Ne No, kann ich mir natürlich auch machen Aber ich brauche eine Axt Axt ist wichtig Okay Äh Because Mit einer Axt Kann ich jetzt hier nämlich Diesen Stamm bearbeiten Da hinten Da lag noch ein Stamm irgendwo Weil ich will ja natürlich das Fleisch weiter smoken Ach, da liegen ja auch noch Leaves Und Leder liegt da auch noch rum Äh, ne Nicht Quick Craft Ich brauche einfach nur Eine Axt So Mist Den hatte ich mir aber eigentlich gefällt Um hier mein Haus weiter auszubauen Ich will doch ein schönes Häuschen haben Ne, ich will den Trunk aber nicht Ich will Stöcke machen aus dem Trunk So Da auch noch Stöcke raus Liegen die hier schon mal Es wird aber auch nirgendwo angezeigt Wie so eine Axt Ob die jetzt Wie lange die hält Oder, ne Ob die bald kaputt geht Voll real Alter Ähm Campfire So Dann rubbeln wir das Feuer nochmal an hier Oder muss ich da Muss ich um das zu smoken Muss ich das Um das zu smoken Vielleicht Hier so was drauflegen Aufs Feuer oder so Guck mal Ich nehme mal hier so einen Palmenfront Einen Palmenfreund Ähm Guck mal Der smoked doch super Und ansonsten Ich muss das andere Fleisch mal hier Wenigstens dann drauflegen Ne, ey Wenn es wenigstens So am Rand Funktionieren würde Dass man sagt Okay, ich lege es hier auf den Rand Und dann wird es halt auch gegart Na Bleib liegen Warum bleibst du nicht einfach da liegen Als das schon guckt Okay Dann rein damit Oder muss ich es erst kochen und dann smoken Hm Ey, HP hat sich ein bisschen regeneriert Wie geil Ähm Messer Coconut Drinkable Wie viel Kokosnüsse hier liegen So, ich schau mal Ob sich hier was verändert An dem Meat Oder Falls nicht Äh Ja Kann man nix machen Ansonsten Ansonsten weiß ich noch nicht Wie man so einen Smoker Eigentlich einsetzen kann Ähm So Dann holen wir uns noch mal hier So einen Haufen Stickies So Hier kann ich nix mehr holen Ähm Irgendwo Müsste doch eigentlich Noch mehr Ich brauche halt einfach Mehr Sticks Das ist jetzt meine nächste Aufgabe Hier läuft überall Small Meat rum Das ist gut Vielleicht Ich weiß nicht wie sich hier die Kokosnüsse regenerieren An den Bäumen Aber wir haben ja noch drei Stück Oder so Ähm Da Schau mal Was hier rumliegt Mindable Resource Wo ist Was ist passiert Hat ich nicht Da Da ist die Axt Klöppeln wir mal da drauf noch ein bisschen rum Aber ich meine so langsam komme ich ja voran Ne Jetzt habe ich wenigstens Essen und Trinken Ich habe es mir zwar von einer anderen Insel besorgt Aber okay Ich will ja auch hier meine große Festung haben Jetzt Das heißt wir werden hier sowieso noch ein bisschen drauf rumbauen Wie die Blöden Ne nicht Stick Meine Bill Ja Damit sich das hier mal so ein bisschen auflösen kann Alles Und wir können uns wunderschöne Dinge bauen Jetzt haue ich den kaputt Und alle Ich wusste es doch Das gibt es doch nicht Ey Dieses rumfliegen Das ist ja Oh nein Es fängt an zu regnen glaube ich So Stick 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 Dann gehe ich mir jetzt meinen Hammer holen Langsam wird es ungemütlich Temperatur sinkt wahrscheinlich Und ich stehe hier an meinem Feuerchen Und kann nichts tun Ähm Okay Also wir nehmen hier diese Steine Legt die Axt dahin Die Steine legen wir auch dahin So Nehmen wir hier das Hämmerkin Und dann baue ich doch mal hier Jetzt noch zwei Zwei Geräte dran Ne Campfire Driftwood Foundation Wood Foundation Da nochmal eins hin Äh Wie das war es schon oder was Ah ne da So Shit ey Alter Wir bauen weiter auf Boah Jetzt will ich aber nicht auf hohe See fahren Das ist ja Dramatisch hier So Guck mal Haben wir doch Ist doch eigentlich ganz geil Was ist das hier Eine Zwischenwand Ich hätte die aber gerne Ich hätte das gerne außen Das nicht von außen dran machen Doch Guck mal Dann machen wir den Eingang von hier hinten Cool oder Jetzt gibt es nichts mehr Okay wir brauchen Wände Ich brauche Wände Oder beziehungsweise Eine Decke Das ist alles für den Boden hier oder Building Window Äh Mit Window Wood Stick 3 Einfach für Walls Machen wir uns so Palmen Wände Oder machen wir uns Auf jeden Fall Brauche ich für alles Einfach nur Sticks Okay Also das heißt Wir müssen jede Menge Sticks noch machen Uh Also das ist alles Spoiled Smoken hat Irgendwie keinen Sinn Keine Ahnung warum Wozu habe ich mir denn diesen Coolen Smoker Hier gebaut Naja Schauen wir mal Wie das läuft Ich muss das Gammelfleisch Wegwerfen Bei dem Typen Weißt du aber auch nicht Hä ich habe doch drei Vergammelte habe ich doch Eingesammelt oder nicht Ich weiß es nicht Ähm Oh das Gewitter ist mir zu krass Ich hätte dann echt gerne Hütte Ich hätte echt gerne Hütte Wir nehmen jetzt die Axt Wieder mit Wo ist die Wo habe ich die hingeworfen Hier Axt Ähm Träge ich noch eine Kokosnuss Ach so ein Gewitter Kann mir nichts ausmachen Leute So ein Gewitter Ist das für ein Kreis Ist das äh Alles kein Problem So Ich würde Ungerne Huh Ich würde ungerne Eigentlich Aber Ich glaube ich habe Alle Holzdinger Die hier am Boden waren Habe ich schon Abgecraftet oder Na komm Dann nehmen wir mal hier So ein So eine Palme Nehmen wir mal eine hübsche Palme Na komm Okay Ja gut Guck es Was können wir da eigentlich Ah hier liegt da noch ein Stick Das Trunken wir jetzt hier Erstmal Na komm Wie viele Schläge Braucht er denn Ich brauche jede Menge Sticks Um ein Haus zu bauen Es ist zwar klein Aber darin leben Frauen Na komm Na komm Steine und Weil die Steine Weil die Steine halt super wichtig sind Für Für alles Für alles So Ähm Hier Hier Jucker Ne warte Die mach ich noch nicht kaputt Die Jucker Boah alter Was ein Sturm Leute Was ein Sturm Ne Ist ja Wahnsinn Ähm Der Hammer Ich brauche den Hammer Ich brauche den Hammer So Jetzt ist die Frage Obwohl ich würde es gerne Vielleicht würde ich es Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Driftwood und Wood Foundation Driftwood Floor Äh Walls Floors Ich jetzt das Ding hier Ist für oben oder was Ne Das ist Fundament Ich meine in welche Richtung Die Dinger sind jetzt auf dem Boden Das ist mir jetzt eigentlich Relativ Ach ne Oh Oh Jetzt weiß ich wo der Unterschied ist Mhm Mhm Okay Alles klar Hab ich verstanden Kreis du bist dumm Und die Sticks kriege ich natürlich nicht wieder Wenn ich das jetzt abreiße Ne Oder Oder wird das irgendwie cooler Wenn ich da drauf rumhämmer Nö Okay Aus Fehlern muss man lernen Aus Fehlern muss man lernen Wahrscheinlich kriege ich die Sticks nicht wieder Geht das überhaupt? Okay Okay jetzt haben wir hier irgendwie so ein bisschen Verbacktes Material rumfliegen Aber keine Sticks Ne Das war nur ein kleiner Test Okay Dann müssen wir weiter hacken gehen Guck mal da ist ja noch eine Kokosnuss Na die hau ich doch mal kaputt Und trink die Wenn die grad eh hier so rumliegt Ach ich bräuchte echt noch so ein Lederding Ach guck mal die fallen nach dem Sturm einfach runter Oder was Ah meine HP regeneriert sich Sehr schön Steine hatte ich da hinten auch noch ein paar liegen Aber wenn ich mal einen Stein Noch sehen sollte Glaube ich Steck ich mir den vorsichtshalber ein Ich find hier einfach auch keine Mineable Resources Steine Und die großen Palmen Hier kann ich nichts machen Jucca ist Juckert mich nicht Ähm Ja Dann Auf Wiedersehen Nächste Palme War natürlich jetzt ein bisschen Verschwendung wieder vom alten Onkelkreis Aber es macht ja nichts Wir hacken jetzt Also es kann noch ein bisschen dauern Wir müssen jetzt einen Haufen Palmen hacken Und wenn wir das geschafft haben Diese Palmen alle gehackt haben Dann baue ich mir erstmal ein paar Wände Und vielleicht ein kleines Dach Hat er sich jetzt nur auf einer Seite gelöst Der Stumpf Oder auf beiden Ne Nur auf einer Okay Ich verstehe schon Das Spiel will mich ein bisschen ärgern Aber es macht ja nichts Hm Was sind das da oben für ein Loch in der Kokosnuss Oh Gott Ich will gar nicht wissen Was der Mann hier einsam auf der Insel macht Ohne Nuss Haha Oder mit Nuss Weiß ich halt nicht Ich hoffe er macht's ohne Nuss Mit dem Trunk auch noch hier Ich hacke jetzt so lange Bis die Axt nichts mehr hergibt Wobei wir jetzt schon einiges gehackelt haben Mit der süßen Axt hier Und dann versuche ich mal In einer der nächsten Folgen Langsam ein bisschen auf das Leder zu gehen Weil wir haben jetzt auch schon ein, zwei Schweinchen erlegt Na Kokosnuss Zwei drin Ähm Okay Dann würde ich sagen Scheiß mal auf diesen Fußboden jetzt hier Den ich so verkackt hab Äh Und zwar hätte ich gerne hier so ein paar Wände jetzt Mh Dafür brauche ich natürlich den Hammer Und der Quick Crafter sagt Nö Dann Walls Driftwood Wall Gibt's auch eine Wood Wall Ganz normale Ja Ja So Wood Wall Ist halt einfach ein bisschen Hochwertiger Wood Wall Warte War's schon oder was Warte ich nicht Wo sind denn die Stickys Da Da So So Wood Wall So Hast du es schon Ah ne Ich schätze mal so Dann ist es fertig Oder Ja Ist schon geil Ist schon geil Und da geht man einfach wieder in Sekundenschnelle Die Sonne unter Zack Dann war's das Wood Walls Wood Walls Sind so super cool Mhm Kann ich denn Daraus vielleicht Das braucht man zweimal Da auch zweimal Planks Driftwood Half Walls Wozu braucht man denn Half Walls eigentlich Bricks Bricks hab ich noch nicht Floors Plank Floor Firma Plank Scrap So viel hab ich nicht Ähm Okay Es ist stockenduster Es ist zappenduster Das Feuer ist noch am Start Vielleicht heizen wir uns mal ein bisschen auf hier Bisschen was trinken Bisschen was essen Aber guck mal Alter Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer Jetzt wo der Balken wieder voll ist Oder nicht Freunde Na ja gut Ich würd sagen Wir nehmen das hier Und wir sehen uns in der nächsten Episode Von Stranded Deep Und äh ja Viel Spaß noch Guten Rutsch Keine Ahnung War die Folge gekommen Nein aber Ihr wisst ja Ihr kennt das Prozedere Das ist ne Bewertung da Wenn ihr Bock habt Wenn es euch gefallen hat Lasst euren Frust in den Kommentaren freien Lauf Äh Und wir sehen uns beim nächsten Mal Auf Wiedersehen Vielen Dank War mir eine große Ehre Mit euch auf See zu fahren Tschüss bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal